Ja, freilich könnten wir es mit der FC Bayern Fanshop-Tüten umeinander reden. Wir sehen es gar nicht, aber das werden wir nicht. Viel Teufel weg mit dem Pfleg, mit dem Roden. Aber wir sind natürlich brutal zweigeteilt. Einerseits, wer am Sonntag im Stadion war, kann natürlich sagen, Himmel, Hergut, Sakrament, haben die einen Scheißdicht zusammengefallen. Da hat es ja gleich geraust, kein Kampf, kein Siegeswillen, spielerisch. Fünf Minuten und die restlichen 45 Minuten waren zum Katzen, zum Davonlaufen. Aber wir können durch den letzten Tag einen Punkt holen in die letzten drei Spiele. Irgendeinen Bonuspunkt für eine Pläne schauen, den könnten wir uns noch einholen. Aber wir könnten natürlich eines sagen, einmal und immer nicht. Sind wir Lübenfans jetzt so schlecht, dass wir dem Verein die letzten drei Spiele hängen lassen? Nein, wir waren nicht so schlecht. Es fahren bestimmt wieder 2.000, 3.000 nach Frankfurt, um am Freitag dort vielleicht zu versuchen, dass wir mal drei Punkte holen. Die anderen werden wieder sagen, die Krantlhaber mit der Mannschaft holen wir keinen Blumentopf. Und wir, Positiven, teilweise Bläden, aber immerhin treuen Lübenfans sagen, wir werden doch gegen Frankfurt einmal wieder gewinnen können. In Frankfurt wollen wir sagen, wir gewinnen, aber diesmal könnten wir doch einmal drei Punkte holen, um vielleicht doch noch das rettende Ufer zu erreichen. Noch dazu, wo in der TZ gestern gestanden ist, auch die Löwen, wenn sie in die dritte Liga absteigen, spielen dann wieder in der Allianz Arena. Da haben die einer, die Grünwalder Stadionfans, schon wieder das Kotztag gefangen. Dreimal ein Durchfall haben sie gemeldet, fünfmal in die Hosen bisseln, und wie gesagt, schlecht drauf alle miteinander. Aber, Löwenfans, reißt wir uns einmal die letzten drei Wochen einfach am Riemen. Reißt wir uns zusammen, sagen einfach, zäh, fix noch einmal miteinander, könnten wir die Scheiße, den Karren aus dem Regen wieder ausziehen. In Frankfurt wird am Freitag der Anfang gemacht. Ich bin jetzt positiv genug gestimmt, dass ich sage, wir gewinnen dort oder holen zumindest einen Punkt. In Nürnberg, 5.000 Allianz Arena, da reden wir dann wieder gesondert nach dem Frankfurts Spiel. Also, die eine, die saugrandeln, obwohl ich auch manchmal dabei bin, reißt wir uns einmal zusammen, gehen wir zu einer anderen Seite und sagen, positiv, wir gewinnen in Frankfurt. Und dann könnt ihr es einmal ein bisschen gehen, weil der Abstieg ist nicht gut für meine Münchner Löwen. Ist nicht gut für die Jugendarbeit, ist nicht gut für den Verein. Wenn wir dann von 1.300 Zuschauern in der Allianz Arena spielen, in der dritten Liga gegen, was weiß ich was, ist eigentlich scheißegal. Das ist uns nicht geholfen. Für euch lieben Fans, reißt wir uns einmal zusammen. Hin, wie her geht's. Zeigt mal hin. Für euch Gott.